Sooo... Anweide... Eure Nachricht hatten wir eigentlich schon? Ja... Hey... Hey... Oh... Wo ist er? Schlaf zur Abwechslung mal... Wie der Albträum... Jede Nacht... So wie immer wenn du verschwindest... Sei nicht zu streng mit mir, Damara... Ich bin beim Militär, da kommt dir was vor... Ach ja? Ich habe mit Commander Hartley gesprochen... Und weißt du was er sagte? Dass du beurlaubt sei... Ah... Mir reicht's... Hey, wo willst du hin? Schon wieder abhauen? John! John! Gottverdammt! Warum liegt eigentlich hier unten... ...ne Voicemail von meiner Frau rum? Keine Ahnung... Vielleicht hast du hier mal gelebt als Kind... Das ganze hier hast du schon 300 Jahre alt... ...außerdem war ich hier als Kind schon verheiratet... Ja... Sein... Das wäre eine... ...sehr degressiv Gesellschaft... Oh... Happy Birthday... Happy Birthday... Hey, ein Truck... ...mit Geschenken... ...Monstern... ...mit dem Vodas... ...mit dem Vodas... ...much cool... Särge... ...särge... ...Okay... ...Human... ...remains... Ah, ja, das sind ja, okay. Die Monumains. Das sind die Cyber-Serge. Ah, doch schick erst so. Mit so trist-schwarz oder so. Herblich halt, ne? Ja, aber irgendwie so komische Systemgelb. Na gut, ich hab hier schön eingepackte, grün-gestreifte, rot-beschleifte Geschenke. Und ein bisschen was Kleinkam rum. Über zentrale Kammer. Hey, ein Spielzeug-Roboter. Und... ein Dreirad. Ganz viele Raketen. Alter, was hast du für Hallos? Weiß ich nicht, was ist da? Hä? Was ist da alles? Gar nichts oder... sondern irgendwelche anderen Sachen. Also ich seh hier... nichts. Hier sind so Militär-Boxen und ein Generator ist hier, glaub ich. Hm? Aber ansonsten... nichts nennenwertes. Hier ist ne Dose. Ne, ne, so ne Kabelrolle. Ne, Kabelrolle seh ich auch. Äh, ne Schaufel. Ja? Hab ich auch. Ja, sonst nix. 14 kmh! Wahnsinn. Ach, Spielzeug-Soldaten. Hab ich grad nicht erwähnt. Von irgendwelchen lebensgroßen Zinnsoldaten, die rumstehen. Hä? Fuck. Ich seh das nicht. Sehr lustig. Ich glaub ich... Ich glaub ich muss mir echt zum ersten Mal deine Videos geben. Hey! 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 Mistvieh! Geh auf mir den Kopf abzureißen. Ist nicht nett. Ehhh... Also mal aufreißen. nicht mehr... Oh... Eis. Ja! Ne, immer noch. Ich weiß es nicht. Da oben ist irgendwas. Müsste man sich mal ein Makro zum Ehemann schreiben? Naja, meine neue Tastatur kann extrem schnell Tasten drücken. Beliebige Tasten. Irgendwie so eingebaut in die Mechanik. Okay. Ja gut, meine halt nicht. Äh, hoch? Vorher vielleicht? Ja, das kann man eigentlich machen. Ah, da oben ist noch so ein... Ah, ist das nicht die Stelle? Die Stelle? Hä? Die Stelle, die ein und einzige? Ja, das ist die. Da wo wir... Wir sind den Weg hier schon gegangen. Wir sind den Weg hier schon gegangen. Nur der da oben fehlt noch. Ja, aber hier könnte man's einfügen. Na, ich schau mal kurz. Schau mal's einfügen? Oh, okay. Mal ganz kurz Exkurs... Aber ja, du hast recht, das ist wirklich genau die Stelle. Huch. Hier unten geht's in ne Werkstatt, aber die ist zu. Oh, okay. Ja, hier gibt's nix. So. Da hast du. Ja. 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 Ja, aber die hatte das letzte Mal Luft drin. Stimmt. Naja, diesmal nicht. Oder? Ne, 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 da geht's schon mal weiter. Warte mal an der Tür an. Nope. Nein, wir wollen hier nicht durch. Wir wollen erst durch die andere Tür looten. Ich weiß nicht, ist das? Ja. Ja, klar. Muss ja. Würde ich zumindest annehmen. Oh, okay. Ja, das dauert. Jetzt schon. Jetzt schon. Ja. Ja, geht's genauso weiter. Genau so weiter. Hier kann man her. Nein, oder? Also hier sind die Soldaten, die Raketen und das Dreirad, ja. Okay. Sorry. Aber was Stunt ist das noch? Ne, da war sie doch um die hat gar nichts. Was schon. Da ist kein Triebport. Ja, da wäre noch einer, aber da war sie an. Na ja. Irgendwas total unwichtiges. Ah, ja. Haben wir ewig nicht mehr gemacht. Hier hinten rum, glaube ich. Ja. Bei mir auf jeden Fall. Okay. Bei mir auf jeden Fall. Better than that. Da hinten in der Ecke, bei der Tür. Ja. Hier ist eine Audio-Nachricht. Er geht dir nicht aus dem Weg, John. Er ist nur verängstigt wegen dem letzten Mal. Du solltest mal mit ihm reden. Ich habe schon genug Schaden angerichtet. Aber das kann sich ändern. Du kannst dich ändern, John. Wie denn, Damara? Wie mache ich rückgängig, was ich getan habe? Wie vergesse ich, was ich gesehen habe? Wie mache ich die wieder lebendig, die ich getötet habe? Verliert man seine Seele, ist sie weg. Man bekommt sie nie wieder zurück. Was war's denn? Du gibst einfach auf? Ich habe vor langer Zeit aufgegeben. Oh, weh. Oh, weh. Und auf geht's. Oh. Hier, du. Wieder so ein Charcoal-Monster. Ja. Außerdem ist alles geworden. Und hier stehen natürlich wieder ganz viele Zinsalaten drauf. Was zum Teufel ist hier eigentlich los? Was? Ja, das freu ich mich auch. Reden Sie mit mir! Nö. Geh weiter, John. Die Party hat noch nicht angefangen. Ähhhhh. Was ist denn? Geh weiter, John. Die Party hat noch nicht angefangen. Das ist eine Aktionszeit, okay. Rechen zu dir, oder wie? Ja, meine Frau, glaube ich, ist das. Oh ja, okay, dann gehen wir mal weiter. Die Party. Puh, Psycho-Terror. Ganz zu wenig. Aufwärts? Oh, okay. Ah, ist gut. Oh, 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 oh. Die blutze ich gar nicht mehr. Oh, 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 oh. Oh nein! Ah! Monster! Was ist denn? Scheiße! Oh mein Gott! Was machst du denn da? Nichts! Ich denke nur nach! Mehr nichts! Es war... Es war nichts! Okay? Es war nichts! Alles ist gut! Alles ist gut, okay? Hey! Komm hier! Alles ist gut! Alles ist gut! Okay? Klang nach Selbstmord! Aber wer hat sich da selbstmorden wollen? Er hat es versucht, denke ich! Klang irgendwie so wie so eine Abschiedsbotschaft! Meinst du nicht? Ich... Ich hab nur die Hälfte mitgekriegt wie wir am Kampf! Ach so stimmt, du hast ja keine Untertitel! Mach mehr Geschenke! Mann bist du beliebt, ey! Ich denke! Mit ganzen Stationen verteilt! Und... Gripcore! Ja! Irgendwas stöhnt da doch! Wahrscheinlich Botweiser in der Bank oder sowas in der Richtung! Ach so stöhnen! Ja! Hier! Auf ganzer Strecke! Auf ganzer Strecke! Alter, das macht mir Angst! Lass weitergehen und das Viechtöten, ey! Ja! Wo bist du? In dir! Ja, ich mein das Vieh! Ach so! Boah! Boah! Ist das ekelhaftes Geräusch! Ah! Da unten! Äh! Tot! Nein! Da ist noch eins! Wer? Neu umbringen, ey! Gänsehaut bei so nem Geräusch! Hehehehe! Ich glaub das war der Sinn! Ah! E! Hier! E! Gar nicht! Jetzt ist schon wieder ein Mistfiel, ey! Ja, die haben immer so'n Topfee! Ja! Ja! Da haben wir jetzt einen Leiter verwenden! Danke! Ah! Was? Was? Gibt Gas? Gibt Gas! Gibt Gas! Geil! Nimm mal nen Mini-Pack! Geil! Überbrücken! Fehlfunktion! Der Brücke! Ah! Okay! So, ich hab 5 Minuten! Du hast mehr wahrscheinlich, ne? 350 Sekunden hab ich noch! Ja, 320! Bei mir! Jo, hier oben geht's aber wieder! Mit so'n Luft! Ja! Jo! Der Spinnende! Und Aufzug! Ja! Du willst dann blingende Konsolen! So! Ja! So! Der... Der haut dir die Ecke ständig ein! Keine Ahnung! Hey! Fuck! Stamm! Gleich! Oh! Hm! Bot noch nicht fertig? Wow! Apoverbot! Oh! Ich hab ne Ribcore bekommen! Ja! Hab ich gefunden gehabt! Cool! Sehr cool! Was ist hinter dieser Tür? Ja! Mach's dir auf! Jüdiger! Und ich hab' da! Du siehs! Ich hab' nicht erst lesen! Alles aufsammeln! Satzzeile! Lammwerfer! Lammwerfer, oh schön. Aber das schaut eher aus wie ein Textlog. Ne, das ist ein ähm, Muster. Ah. Templates. Ah, sorry. Mach nix, mach nix. Ähm, wie viel Zorgung haben wir noch? Gar keine mehr. Okay, gleich wieder. Wieviel Wolfram hast denn du? Ja, das bestimmt nicht. Ja, das muss man schauen. Erstmal, äh... 189! 98, sorry. Ich und Zahlen, das ist... 90? 198, ja. Achso, du hast 90, okay. Mhm. Komm, vielleicht zwei. Ja, aber ich habe noch mehr Finder als du, oder... ...ob du das schon für was anderes verbrätst. Sollte eigentlich nicht sein. Ich verbrat eigentlich nie was. Außer ich kaufe mir mal eine Spitze, oder so. Naja. Gutes Mal hier auch, endlich wieder mal. Hm. Ich habe keine Ahnung. Ah, ne, ich will keine Rekord. Okay. Halt! Ah! Was? Ich muss noch gucken wegen... ...ähh, Inventarplatz freikriegen. Achso. Ja, geht bei mir wieder. Haufen. Oh, jetzt, sorry. Ja, verstehe. Ja, Timing. Du, Roboter war an deiner Bank. Ja. Achja. Ja. Ja. So. Jetzt aber. Menno. Oh. Ein Kuchen. Mit Wunderkerzen. Kein Gesalai. Klein wenig. Dann, das, das ist schon wieder die exakt gleiche Situation. Der exakt gleiche Raum. Jetzt geht er landen. Gut, ich meine für mich sieht es anders aus als eben, ne? Haben wir jetzt den Soldaten. Gut, geht ja. Ja, okay. Und es gibt hier keinen Aufzug. Oh, doch. Doch, gibt einen. Ja, wie das Gleiche. Na, warte, Anschalter. Ja, das ist schon mal. Natürlich kommt ein Gegner. Wie soll es denn anders sein? Eine Witte ist nicht verschwunden. Einer wird ja nicht verschwunden. Das ist wirklich schaubare Spiel. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Was ist das? Weg 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 dann ja Ja, das ist echt spannend Halt Halt Wollt nur auf meinen Freund anzufressen Ja, töte ihn Schöne jetzt in den gesetzt oh, und erzählt noch Gott, Mist Da hinten war noch nicht viel Ja, Moment. Erstmal hier das Lager wieder plündern. Ach, da unten. Ist schon wieder ein Lager runtergekommen, ja? Exakt das gleiche. Schlimm, schlimm, schlimm. Nur ein bisschen was gedreht. Flammenlasur. Ah, gut. Hat mich eh mal interessiert, viel abzuhauen. Alles hätte teuer gewesen. Was war es noch? Irgendein Kompaktrahmen? Bela's Kompaktrahmen. Cool. Nur für obere Tools mit eingebauten Upgrades. Aha. Wow. Brauchen wir bestimmt für diese Waffe da. Nee. Das ist ja alles Nebenmissionen hier. So ist die nächste Bench. Ja, da kommen wir nicht mehr durch. Ja, natürlich. Schmeiß uns Zorgen zum Winter und da bietet uns das abzuladen. Naja, wir müssen jetzt eh zurück. Kann wir ja nicht. Ja doch, hier. Ne, wir können verarbeiten. Ich weiß, aber wir müssen jetzt eh zurück. Zu dem Punkt, wo wir die optionale Mission betreten haben. Ja, das stimmt nicht, Mensch. Ja. Muss wohl. Oh, krass Wurzeug. Gegner. Alles klar. Ja, gut. Ach, Mensch. Okay. Hab nichts gesagt. Alles gut. So. So. Wenn wir jetzt mal den Kompakt haben da anfangen. Mit eingebauten Upgrades. Was soll denn das heißen? Was soll das denn? Okay. Der Raum ist auch wieder verwendet worden. Zumindest das Poster hier. Ja. 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 Da ist ein Scheißdreck eingebaut. Da sind die oberen und unteren Upgrades gemeint. Nicht die Chips. Nee. Das ist Erweiterung 1 kann ich auswählen. Erweiterung 2. Spitze ist auch ganz normal. Und die Platinen sind leer. Wilsam. Kaufe ich gleich ey. So'n Kackrahm. Ich will mich eigentlich mal Kram verkaufen. Na, nachher.